May I now call Mr. Andrej Hunko from Germany. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Tichanowskaia. Als deutscher Abgeordneter habe ich mich in den letzten zehn Jahren sehr viel mit Belarus beschäftigt. Ich war auch Wahlbeobachter bei der letzten Wahl, die wir beobachtet hatten im Jahre 2015 bei der Präsidentschaftswahl in Belarus. Und wir hatten damals auch die Hoffnung, dass sich die Dinge in Belarus in eine demokratische Richtung entwickeln. Und ich habe das auch aus einer speziellen deutschen Verantwortung heraus getan, weil ich auch, und das möchte ich nochmal daran erinnern, Deutschland war das Land, das im Zweiten Weltkrieg am meisten in Belarus gewütet hat. Es ist kein Land so von dem Vernichtungskrieg im Zweiten Weltkrieg betroffen gewesen, wie das Belarus war. Und das ist leider in der Erinnerungskultur nicht ganz überall so präsent. Ich hatte im Jahre 2020, das war ja auch während der Corona-Zeit, ich glaube, das war im Juni 2020, den belarussischen Botschafter gebeten, diese Versammlung einzuladen zur Wahlbeobachtung. Belarus ist ja nicht verpflichtet, aber sie haben das gemacht. Wir haben ein Ad-Hoc-Komitee gebildet und ich war auch einer der Wahlbeobachter. Leider kam die gemeinsame Wahlbeobachtung dann von OSZE und Europarat nicht zustande, weil die belarussischen Behörden nicht alle Bedingungen erfüllten, die die OSZE damals wollte. Und wir haben das dann abgesagt. Ich glaube, die Geschichte wäre vielleicht auch anders gelaufen, wenn wir da gewesen wären. Ich glaube, internationale Wahlbeobachter sind in einer solchen Situation sehr wichtig. Nach dieser Wahl 2020, die offensichtlich gefälscht war, ist Lukaschenko und das Regime äußerst brutal sofort gegen die Opposition vorgegangen. Und gleichzeitig gab es eine ganz massive Reaktion des Westens mit ganz massiven Sanktionen gegen Belarus. Und das hat die Situation sozusagen aus meiner Sicht polarisiert. Ich bin nicht der Meinung, dass die Sanktionen immer zu einem sinnvollen Ziel führen. Und es hat auch dazu geführt, dass Belarus in die Arme Russlands getrieben wurde. Lukaschenko hat ja immer eine Pendelpolitik lange verfolgt und das ist sozusagen damit aufgehoben worden. Ich finde die ganze Entwicklung höchst tragisch. Ich will auch noch mal sagen, dass ich all das verurteile, was an politischer Repression in Belarus stattfindet. Aber es reicht nicht aus, nur zu verurteilen. Wir müssen überlegen, wie ein Weg aus dieser Konfrontationssituation herausgefunden werden kann. Dazu reicht die Zeit nicht. Ich denke, wir müssten mehr über Szenarien reden, die möglich sind. Ich will angesichts dessen, dass wir im 300. Tag des Geburtstags von Kant haben, dass wir das Kant-Jahr dieses Jahr haben, Immanuel Kant, der ja in Königsberg, Kaliningrad, nicht weit von Belarus gelebt hat, sein ganzes Leben. Er hat eine Schrift geschrieben vom ewigen Frieden. Und er erscheidet zwischen moralischen Politikern und politischen Moralisten. Und ich denke, wir brauchen mehr moralische Politiker als politische Moralisten. Vielen Dank.